Hallo, willkommen meine werten Zuschauer. Ich habe heute mal ein kleines Interview mit zwei netten Menschen, die aus Berlin sind. Wir sagen auch nicht die ehrlichen Namen. Ihr wahre Name, also sagen wir nicht, aber wir haben für sie ein paar Namen. Und zwar sind es Ghetto Junge 1, Ghetto Junge 2. Hallo Ghetto Junge 1, Hallo Ghetto Junge 2. Peace. So, was macht ihr so in der Freizeit? Äh, rappen und, rappen und Leute, ja. Leute abchecken, Schutzgeld, ja. Ja. Ach echt? Ja. Warum macht ihr das? Ja, weil wir noch kein Geld verdienen. Und du? Auch. Also wir beschützen die Typis damit, die nicht gemobbt werden und wir rappen. Okay, was rappt ihr so? Rappt ihr Gangster? Nennt ein Beispiel, wie ihr rappt. So, naja, Beispiel kann ich dir jetzt nicht sagen. Na, so, Kollegah. Und Farid Bang? So ähnlich? Ja. Und du auch? Ja. Gut. Mal eine Frage, besucht ihr die Schule? Nee. Und du? Ich war einmal, eine Minute war ich drinne. Danach bin ich rausgegangen. Da laufen nur Pädagogen rum. Und die necken. Eine Sekunde lang. Ich gucke einen die ganze Zeit dumm an. Ja. Gut. Dann lieb's, wenn ich mal gepumpt, gar nicht schungert, hab gepumpt. Und ich weiß für unsinn. Okay, Leute. Ja, wir finden's. Gut, dass ihr auch mal mitgemacht habt. Wir würden irgendwann nochmals ein Video drehen, wenn ihr nichts dagegen habt. Wahrscheinlich morgen, wenn ihr nichts dagegen habt, okay? Klar. Gut. Dann bedanke ich mich bei euch. Wie gesagt, es sind echte Menschen real life. Und sie sind auch, naja, jetzt neuerdings Mitglied meines Senders. Und wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Peace. Fuck you, asshole. Ciao. Ciao. Man sieht sich. Guten Morgen.